Ein natürliches Stirn-Design ohne die Mimik zu verlieren, das ist immer der Wunsch unserer Patienten hier bei uns. Und der Grund hierfür ist, dass ein natürliches Aussehen in der Gesellschaft eine hohe Prägung hat und ein hohes Ansehen hat. Zumindest hier in Europa, das seht ihr in den USA, das weiß man über Instagram. Wenn man nicht jetzt dort gewesen ist, sieht es da ganz anders aus. Da sind natürliche Ergebnisse gar nicht so gefragt zu unserem Erstaunen, wenn wir mit unseren amerikanischen Fachkollegen, mit amerikanischen plastischen Chirurgen sprechen. Hier allerdings ein ganz normales und natürliches Ergebnis, welches wir hier täglich durchführen.